Ja, also wir sind hier bei dem mysteriösen Ritter mit dem furchterstreckenden, äh, ich meine natürlich, der furchterregende Name Friedhelm. Allein dieser Name lässt die, äh, Geisterwelt erzittern. Ich bin der furchteinflößende Friedhelm. Zittere vor meinem Namen. Ich bin so gruselig, ja. Ich bin der Beschützer des Schlüssels, der das Land versiegelt hält. Ich kann ihn zwar nicht nehmen, weil ich ein Geist bin, aber ich kann ihn dir trotzdem geben aus irgendeinem Grund. Er ist beeindruckt, dass ich in der Lage war, die Fallen und Monster in diesem Tempel zu überwinden. Ich werde niemanden aufhalten, der versucht, den Schlaf des Königs wieder herzustellen. Ja, irgendwie französischer Akzent, äh, ja. Nimm diesen königlichen Schlüssel, den ich dir aus irgendeinem Grund geben kann, obwohl ich ein Geist bin. Dadadadan, du hast den königlichen Schlüssel erhalten. Oh, der sieht cool aus, wie so ein Vogel, der sich gerade angeschissen hat. Es heißt, er birgt das Geheimnis des Daikou-Königreichs. Und er sieht auch noch super geil aus. Nimm den Schlüssel und kehre zurück zum dritten Ritter Johann. Öffne das Siegel und stelle die ursprüngliche Form unseres Königreiches wieder her. Wow, wie so ein Schlüssel das machen soll? Naja, Zauberei. So, dann erstmal hier irgendwie... Oh, so geht das nicht. Ich glaube, ich muss hier runterspringen. Wow, da bin ich fast in den Stein gesprungen. Da hatte ich nochmal Glück. Und du hast das Skelett erhalten. Es bewirft dich wahllos mit Knochen. Yay. Und jetzt muss ich noch kurz die Controls umstellen. Sorry, ich habe das Skelett schon besiegt und vergessen dabei auf Wiederaufnahme zu schalten, aber... Ich glaube, ich muss den Button für die Items wirklich auf V halten. Ich bin das doch so gewohnt, aber ich kann mich einfach nicht umgewöhnen. Und ja, der Körper lebt noch immer. Ja. Warum er das tut, keine Ahnung. Ja, jetzt ist er gestorben. Der Körper lebt auch ohne Schädel noch weiter. Wie lustig. Wow. Du wirst mich nicht vernichten. Doppel-Own. Wow. Hey. Nein, das war unfair. Das war daneben. So macht man das. Upp. Okay, das war Glück. So, dann... Oh. Yeah. Ich bin so gut. Und Moblins sterbt durch die mächtige Flammenklinge des Todes. Dramatisierung. Ich hasse es, dass es da kein Zwanziger gibt. Manchmal gibt es für Moblins ja bei einem nem Zwanziger. Eine Abzweigung. Welchen Weg sollen wir nehmen? Den mit den vermörderischen Steinen rollenden Dingern. Oder den normalen mit schönem Gras und nur ein paar Moblins. Oder auch keinen Moblins. Ich glaube, die Wahl ist klar. Vor allem, da uns dieser Weg zu unserem Ziel führt und der andere nicht. Mit dem anderen wären wir wieder zum Schiff gekommen. Ja. Dumm, dumm, dumm. Seht ihr? Es ist das Schlüsselloch. Wenn wir hier den königlichen Schlüssel reinstecken, wird es ein epischer Cutscene geben. Nein, Spaß. Ah, seht, was dann passiert. Die Pyramide senkt sich herab. Und ein Ehrbeben zerstört die ganze Insel. Ja, ich hatte recht. Aber eigentlich fließt nur das Wasser ab. Ich habe mich teleportiert, obwohl das eigentlich gar nicht geht. Das Siegel wurde mit dem königlichen Schlüssel gebrochen. Und das Land ist wieder auferstanden. Und das alles nur durch die Kraft zu eines kleinen Schlüssels. Du hast einen kleinen Schlüssel erhalten. Er öffnet kleine Schlüssel. Nun geh und beschreite den neuen Pfad. Und triff den ersten Ritter Ingolf. Ingolf. Ingolf, spielst du Golf? Hm, ich glaube Golf gab es zu der Zeit noch gar nicht. Ingolf. Klingt ja lustig. Ja, ich ziehe natürlich wieder alles ins Lächerliche. Und wow, das Wasser ist nicht nur aus der Pyramide abgeflossen. Die ganze Insel ist jetzt viel größer. Schau, Manuel, das Aussehen der Insel verändert sich. Die Hälfte der Insel, die unter Wasser war, ist emporgestiegen. Das Wasser ist komplett abgelaufen. Lass uns nach unten gehen, Manuel. Yeah, okay. Boah, ich bin auf unbekannten Terrain. Kann ich da jetzt irgendwie rüber rennen? Obwohl es eigentlich noch weiter gehen müsste da, weil es Perspektive ist, kann ich hier nicht weiter rennen. Irgendwie komisch, oder? Naja. Und natürlich liegen da schon Skelette rum. Oh, ich vergaß, dass ich ja irgendwie den, ja genau, den Stich hieb. Schon 2399 Rubine. Nur noch eine und wir haben 2400. Und natürlich gibt es hier auch wieder Steine. Wie die natürlich unter Wasser rollen konnten, keine Ahnung, aber naja. What the fuck? Die rennen ja immer unterschiedlich. Das ist nicht gut. Ups. Aber ich bin geskillt ausgewichen. Oh. Plupp. Plupp. Ja. Was gibt es denn hier zu sehen? Ach, ist doch schön, wenn man hier so eine Wand hat, die die ganzen Dinger vernichtet. Ja. Oh, da geht's nicht weiter. So, was? Oh, die Insel ist so verwirrend jetzt, wo sie groß ist. Was zur Hölle? Da ist doch gar nichts. Da ist doch gar nichts. What the fuck? Vielleicht irgendwie so? Nein, leider nicht. Und dann weiß ich leider nicht, wo wir hin müssen. Gehen wir einfach mal diesen Weg. Oh, da ist ein Stein. Ah, den kann ich schieben. Schiebe dich, du Stein. Yeah, zwei Herzen. Ja, was gibt es denn hier so Schönes? Den kann man hier runterrollen und dann... Ah, dann vernichtet der den anderen Stein mal einfach so. Und natürlich bleiben überhaupt keine Spuren zurück. Ist ja auch logisch. Ja, ja, Pfeile brauchte ich gerade ganz dringend. Und wieder zwei Herzen, die ich noch dringender gebraucht habe. Betreten wir das Neue um der Kante Terrain. Und hier ist genau eines... Nein, zwei dieser Dinger ist jetzt irgendwie ein wiederauferstandenes Skelett. Und das irgendwie nicht. Äh, ja. Ey Skelett, Schlafenszeit ist vorbei, ich will dich töten. Ähm, ja, irgendwie wird's, weil das ist ja schon tot. Ich frage mich... Ja. Da ist der Stein. Aber da ist auch ein Stein. Äh... Ich weiß es nicht. Wo geht es denn weiter? Na... Oh, okay. Dann mache ich einfach mal das hier. Weil ich gerade Spaß dran habe. Und hoffe einfach mal, dass man diesen hier auch noch irgendwann mal... Oh. Haha. Ein Stein taucht aus dem Nichts auf. Und ja, äh... Was für eine Logik. Und ja, natürlich fällt der Stein ins Wasser. Das ist nicht gut. Oh, aber da ist schon der neue Stein. Ach, wie nett. So ein richtiges Steinversorgungskommando sorgt dafür, dass wir ja immer mit Steinen versorgt sind. Taucht jetzt noch einer auf? Yeah! Ah! Das ist so cool. Naja, ich schätze mal, dass es hier irgendwo hingeht, wo wir noch nicht... Oh, ein Secret. Ein Weisheitstropfen! Yeah! Den haben wir mal einfach so gefunden. Natürlich zerbricht der Stein total im Wasser. Ist ja auch total logisch, weil das Wasser so eine harte Oberfläche hat, wenn man aus einem Meter Entfernung drauf springt. Ja. Lebst du? Nein, tust du nicht. Ist das irgendwie die Pyramide vom ersten Ritter? Ach, komm. Nur weil du ein Kopf bist. Er ist der Kopf der ganzen Angelegenheit. Seht ihr hin, den Kopf der Angelegenheit. Den Gangsterkopf. Morphia. Naja, was geht hier ab? Oh. Äh, ist das die Abkürzung irgendwie? Jopp, hier geht's zum Schiff. Okay, es geht hier zum Schiff. Was soll ich damit? Ich will nicht zum Schiff. Oder geht's hier irgendwo noch andersrum weiter? Oh. Das ist das hier. Da war ich vorher schon mal. Und da konnte ich nicht hier rüber. Oh, da ist eine Schatzkiste. Will haben. Warum wusste ich nicht, dass da eine Schatzkiste ist? Ich verlange eine Erklärung. Yay, danke für die Rubine. Und es waren nicht mal Schleime. Und wieder sind wir um einen Batzen stärker geworden. Oder eher um einen Tropfen. Tja, was gibt es denn hier Schönes? Und eine komische Steintafel. Zwei, zwei. Geh von... Äh, zwei Sterne. Geh von mir aus geradeaus nach Süden. Äh, ich kann nicht geradeaus... Oh, danke für den Rubin, aber den wollte ich nicht. Ich wollte dieses Viech töten. Jetzt stirb. Yay. Es ist gestorben. Ich bin ja so glücklich. Ich bin glücklich, wenn ich Sachen töte. Hä, 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 hä. Äh, crazy lache. Also, was sagst du? Geh drei Sterne. Geh von mir aus geradeaus nach Nordwesten. Äh, wo ist Nordwesten? Äh, wo ist Nordwesten? Ah ja, oben links. Ah, und danke für den freien Rubin. Ähm, okay, äh, vielleicht irgendwie... Das erinnert mich jetzt an den Tempel des Meereskönigs, wo wir die Steintafeln und die Sanduhr gesehen haben. Also, wo dann die Sanduhr als Muster rauskam. Also, hier war die erste. Und dann geradeaus nach Süden. Das wäre hier unten. Und von dort aus nach oben. Äh, wie weit? Ich seh, ich glaub, die sind immer irgendwie durch so Dinger gekennzeichnet. Ich geh einfach mal bis zum nächsten. Ja. Was gibt's denn hier sonst noch Schönes? Ah, das war ja wieder mal total klar. Die, Potato. Ich muss den schlagen, wenn er gerade nichts zum Schlagen hat. Und jetzt? Ah, so kann man die besiegen. Okay. Nach drei Schlägen ist der ja down. Und das ist noch einer oder ein normaler? Okay, danke. Was haben wir denn hier? Fünf Sterne. Geh von mir aus nach Norden. Verbinde die Sterne und das Wappen wird sich dir zeigen. Also, die Tafel auf der Karte. Ja. Dann machen wir das mal. Von dem aus sollen wir geradeaus nach Norden gehen. Passt. Dann weiter zu... Oh, da ist ein Rubin. Willhaben. Öp, öp, öp. Man muss immer vorsichtig sein bei solchen Sachen, weil da kann immer ein Rubin-Schleim liegen. Oh, ein Labyrinth. Fail. So, was sagt das hier? Ein Stern. Geh von mir aus nach Osten. Alles beginnt und endet mit mir. Tja, dann... haben wir ja schon fast das Ganze irgendwie geschafft. Oder? Oder gibt's irgendwo noch einen? Naja, gehen wir nochmal zu dem einen hin. Ich frage mich, wofür das Wappen gut ist. Ich meine... Wo gibt's denn hier eine Wappentür? Bei der Pyramide habe ich jetzt keine gesehen, aber war ja auch noch nicht da. Vier Sterne und geh es nach Südwesten. Verbinde die Sterne und das Wappen wird sich dir zeigen. Ja, das weiß ich schon. Also Südwesten ist wahrscheinlich so. Yeah, sieht aus wie ein Zahn. Also wenn ihr jetzt versteht, was ich meine. So ein Backenzahn oder so. Mit den unten als Wurzeln und da oben irgendwie so... Ja. Naja, vielleicht brauchen wir das nochmal. Na los, saug an. Und jetzt stirb. Saug an. Und jetzt stirb. Saug an. Und jetzt stirb. Hehe. Und das Ganze für einen grünen Rubin. Ich bin so geldgeil, das macht mir nichts aus. Tja, äh, wie komm ich jetzt wieder hier weg? Tja, äh... Ich schätze mal, ich muss irgendwie zu dem nördlichen Ding gehen und dann den ganzen Weg neu. Oder? Naja, was tut man nicht alles für ein paar Secrets? Äh, ja, geh auf die Treppe. Geh auf die Treppe. Na dann, runter und los geht's. Ähm, oder... Kann das sein, dass das jetzt fail war? Ich hoffe mal nicht. Okay, doch. Da hier Gras wächst, geh ich mal davon aus, dass ich an der falschen Stelle war. Oder auch nicht. Ja, natürlich stirb. Du sollst sterben. Na los. Oh mein Gott. Wie hab ich jetzt das hingebracht? Ich weiß es nicht. Aber, naja. Ach komm, jetzt muss ich den Scheiß nochmal machen. Obwohl, geht das nicht irgendwie, dass ich hier so raufgehe? Nicht wahr? Na los, bitte. Wehe, ich wäre jetzt hier runtergesprungen. Na ja, es hat funktioniert. Ich bin so glücklich. Ich muss den Weg nicht nochmal machen. Okay, kann man da durch? Nein, kann man nicht. Man muss anscheinend umständlich um die Pyramide herumrennen. Warum wohl? Äh, damit man noch mehr Gegner bekämpfen muss, natürlich. Du sollst sterben. Boah. Der greift den irgendwie an, als er sich noch zusammengesetzt hat und deswegen... Die kann man irgendwie schwer treffen, oder kommt mir das nur so vor? Naja, wahrscheinlich ist das der Sinn der Sache. Und da bist du und... Und du lebst nicht? Na schön, äh, eigentlich irgendwie... Die leben ja alle nicht. Sind ja alle schon tot, aber, ja. Ist hier ein Secret? Nein. Dann BÖÖÖP. Hyperspeed. Oh, okay. Hyperspeed ist gleich schlecht. Naja, was uns wohl hier in dieser Riesenpyramide erwartet. Die ist ja nochmal um einiges größer als die vom zweiten Ritter. Also kann ich mal erwarten, dass da schon einiges... Oh, da ist gar nichts. Ich dachte, es wäre wieder so ein Fallen voller Tempel. Naja. Man kann nicht immer was erwarten. Okay, hier ist nichts. Und hier sind vier Kisten mit Herzen. Ist ja nett von dir, dass du mir nochmal Gesundheit spendierst. Aber ja, ich habe gar nicht genießt. Also brauche ich keine Gesundheit von dir. Ich bin der erste Ritter, Ingolf. Da sein Mensch in der Lage war, das Siegel zu brechen, ich kann dir erlauben, ihn zu treffen. Wenn du wacht hältst und das Monster besiegst, das den Schlaf unseres Königs stört. Das auch Endboss genannt wird. Jedoch musst du zunächst die Prüfung bestehen, die du dich gleich unterziehen musst. Wow. Also, willst du dich meiner Prüfung stellen? Äh, ähm. Aus was besteht diese Prüfung? Ja, ich muss das sowieso machen, denn... Das Schicksal von Tetra hängt von dieser Welt ab. Ich meine, das Schicksal dieser Welt hängt von Tetra ab. Äh, nein, von uns, weil wir zu retten müssen. Ja. Ich verstehe. Dann erlaube mir zu erklären. Um den Tempel des Königs zu betreten, musst du die Korridortür mit dem geheimen Wappen öffnen. Oh, welches geheime Wappen könnte da wohl gemeint sein? Oh. Auf dieser Karte kannst du nichts notieren. Ich frage mich, was für ein geheimes Wappen das da gemeint ist. Es gibt ja so viele geheime Wappen auf der Insel. Hm. Du musst das Rätsel lösen, das auf der Tafel im Korridor geschrieben steht. Ich öffne dir den Eingang zum Vorplatz. Nun, mach dich auf den Weg. Wie er das machen kann, weiß ich zwar nicht, aber... Naja. Er macht's auf jeden Fall. Durch seine Geisteskraft-Dingens. Boah, und da sehe ich eine Wappentür. Und was sehe ich? Die Punkte auf der Tür haben genau die gleiche Position wie die Steintafeln im Labyrinth. Was für ein Zufall. Ich bin überrascht. Not. Tja, was sagt denn diese Steintafel zu uns? Doch wohl nicht etwa die Steintafeln im Labyrinth an der Oberfläche. Das Wappen wird auf der Karte desjenigen erscheinen, der die geheime Lösung kennt. Das Labyrinth an der Oberfläche? Glaubst du, das ist eine Art Irrgarten? Hast du sowas auf dieser Insel gesehen? Nein, hab ich nicht. Aber aus irgendeinem Grund ist ein geheimes Wappen auf meiner Karte. Hm. Vielleicht sollten wir einfach mal die Punkte nachzeichnen. Okay, das reicht jetzt. Tja, anscheinend haben wir das Rätsel schon gelöst, bevor wir es überhaupt gestellt bekommen haben. Ist doch irgendwie lustig, oder? Naja. Wenn man das schon mal geschafft hat, dann sollte man das auch einsetzen. Milchzähne for the win! Du hast es geschafft, Manuel, und musstest noch nicht mal zum Labyrinth gehen. Du bist so der Pro. Jetzt können wir zum großen Tempel gehen. Und der große Tempel ist diese riesige goldene Pyramide, oder? Tja, der größte Dungeon, den ich kenne, glaube ich. Außer natürlich dem Tempel des Meeraskönigs. Das ist ja natürlich logisch. Äh, 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 jetzt stirbt doch. Okay, ich glaube, die kann man am besten mit dem Wischie besiegen, die Köpfe. Haha. Wow, die Tür könnten wir natürlich einfach so aufmachen. Und da ist noch eine verschlossene Tür. Wow, die haben mich erschreckt. Die haben mich richtig erschreckt. Ich habe zwar schon gedacht, dass jetzt irgendwas so auftauchen wird, aber die Kerle haben mich wirklich und ehrlich erschreckt. Tja, äh, was macht man am besten? Boomerang.